Hallo, euer Capo hier. Heute ein weiteres Video von mir und zwar geht es um das nächste oder eigentlich um das erste vernünftige große Update von Diablo Immortal. Das erste Update ist jetzt eine Woche, knapp her, war aber nicht so groß, kam nur ein neuer Held, also nicht neuer Held, sondern ein neues Monster, sag ich mal, statt Slasal gibt es jetzt noch eine Vitaht oder wie man sie auch aussprechen mag. Ja gut, viel mehr gab es nicht, wurde aber gleich, wir wurden gleich verschont und es wurde gleich gesagt, dass spätestens Ende Juli ein erstes richtiges Update kommt, beziehungsweise ein größeres Update und so ist es jetzt auch. Wir fangen mal an. Ich sage mal im Groben, fasse ich mal zusammen, was in dem Update vorkommt. Könnt ihr auch nachlesen auf der Blizzard Seite, ganz aktuell unter Neuigkeiten, findet ihr 19. Juli, was aktuell oder was in dem Update kommen wird, beziehungsweise was auch kurz danach kommen wird, weil alles fängt nicht gleich morgen an mit dem Update, also ab morgen früh 3 Uhr ist das Update, soll es aufgespielt sein, aber es sind nicht alle Features gleich verfügbar. Dazu aber gleich mehr. Fangen wir an. Was am Anfang zur Verfügung steht, ist auf jeden Fall Klassenwechsel. Wurde schon lange angekündigt, wurde schon viel dazu gesagt. Ich glaube, ihr wisst alle, was es bedeutet. Ihr könnt jetzt auswählen dann, wer jetzt Necromancer ist und sagt, ich will auf einmal Barbar spielen oder Magier etc. kann jetzt die Klasse wechseln. Das ist auf jeden Fall von Anfang an verfügbar. Es gibt ein paar Regeln. Man muss Stufe 35 sein. Das ist, denke ich, kein Problem. Ihr könnt eure Klasse einmal alle sieben Tage kostenlos ändern. Das sind alles so kleine Sachen, die man erreichen muss, beziehungsweise machen muss, um die Klasse zu wechseln. Aber Level 35 sollte, wer von Anfang an spielt, jeder sein. Die meisten sind in höheren Paragonstufen schon. Von daher ist das kein Problem. Und so müsst ihr keinen neuen Account anfangen, sondern könnt einfach mit dem vorhandenen Account weiterspielen und habt eine neue Klasse, die ihr testen könnt. Ja, des Weiteren, was auch morgen verfügbar sein wird, Weg des Hellen. Das sind ja zusätzliche Tagesaufgaben, würde ich mal so sagen, die halt, je nachdem wie hoch ihr kommt, von den Paragonstufen immer schwieriger wird. Und die für die Abenteuer während des Abschnitts der Hauptquest in der gefrorenen Tundra freigeschalten wird. Es sind vier Etappen. Zwei weitere sind noch geplant. Und wie gesagt, umso höher ihr kommt, umso bessere Belohnungen könnt ihr abgreifen. Diese reichen von Gold, Platin, Anwärtsschlüsse und legendären Embleme bis zu Porträtrahmen, glorreiche Reise. Ja, sind einfach ausgedrückt einfach zusätzliche Aufgaben, zusätzliche Belohnungen. Denn gibt es ein zeitlich begrenztes Ereignis, was aber erst am, na, was auch morgen stimmt und was aber bis 3. August geht, na, ist wirklich eine längere Zeit. Beim Abschluss von 10 Aufgaben bekommt ihr da Anwärtsschlüsse, beim Abschluss von 16 Aufgaben Porträtrahmen und beim Abschluss von 20 Aufgaben bekommen wir ein legendäres Emblem, was ja wirklich nicht schlecht ist. Das ist halt sowas wie mit dem Mond, was kam, beziehungsweise was dann auch noch kommt, kann ich euch auch noch zeigen. Zeitlich begrenztes Ereignis, Hunger in der Mond, kennen wir schon, kommt nochmal. Wieder, ob das genauso sein wird, keine Ahnung, werden wir sehen. Das geht aber erst dann am 29. Juli los und geht dann bis 31. Juli. Wird genauso wieder sein, dass wir halt zusätzlich Belohnungen kriegen. Einfach ausgedrückt, wie man es schon kennt, wer jetzt letztes Wochenende mitgemacht hat, legendäres Emblemen war ja eigentlich so das sinnvollste. Des Weiteren gibt es statt Lassal und Vitat, oder wie man sie auch aussprechen mag, einen neuen Boss wieder. Raffarinen. Ich denke mal, wenn wir jetzt schon bei über 2.000 sind, wird der so bei 3.000 oder so angesiedelt sein. Ja, wer ihn aktuell braucht, ja, viele sind schon, oder ein paar Leute sind schon soweit, aber ich denke, die wenigsten werden das erreicht haben. Aber sie fangen es auch erst am 2. August an. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, es sind noch anderthalb Wochen ungefähr hin. Bis dahin sind die, die aktuell mit den Paragon-Stufen vielleicht mitgehen, sind wir locker bei über 110. Und ja, in den nächsten Wochen, spätestens Mitte Ende August, ist man dann, denke ich, soweit, auch ohne Riesengeld auszugeben, um den Raffinerien spielen zu können. Also ich weiß, von was ich rede, weil ich spiele auch jeden Tag meine 2-3 Level, bin so kurz vor den Paragon-Stufen des Servers und kann jetzt Vitat spielen auf der ersten Stufe. Deswegen sage ich, also ihr nicht gleich wieder rumheulen, wie viele dann immer machen, oh, naja, boah, ist viel zu spät, ja, schaffen wir nicht. Spielt doch einfach, ne, und in den nächsten Wochen, beziehungsweise Monaten könnt ihr ihn dann spätestens auch spielen. Es ist wirklich, ja, wird auf jeden Fall, denke ich, in den nächsten Wochen, Monaten dann möglich sein, wenn man halt die Paragon-Stufen einfach weiter aufsteigt. Zu dem Mond habe ich schon alles gesagt. Es wird wieder, gut, da bin ich mal kein Freund von, aber manche stehen ja auf so ein Bling-Bling-Kosmetisches Set-Game, Bernstein-Klingen. Ja, wie gesagt, von sowas halte ich nichts weiter. Truppenplünderung ist jetzt ein neues Feature-Update. Wenn ihr wöchentlich Truppenplünderung abschließt, könnt ihr jetzt für 1.600 Platin ein ewiges, legendäres Emblem im Westmark kaufen. Noch als kleiner Kommentar dazu. Da das kaufbare Emblem ewig ist, habt ihr damit eine weitere Möglichkeit, dann Edelsteine zu gelangen, die ihr auf dem Marktplatz verkaufen könnt. Des Weiteren, erlöschende Funke, die Höchstgrenze für erlöschende Funken wurden von 200 bis 280 erhöht. Und wir können jetzt mit 22 Fahrrunen gegen ein ewiges, legendäres Emblem eintauschen, was auch nicht schlecht ist, wenn Interesse da besteht. Sonst kann man sie natürlich für was anderes auch benutzen, aber das muss jeder selbst wissen. Ansonsten viele kleine Sachen. Gibt es hier noch eine Änderung. Was ich noch sehr interessant finde, es gibt 36 neue, legendäre Gegenstände für Klassen. Die zielt darauf ab, Spielern mehr Gelegenheit zu geben, regelmäßige Chance-Effekte zu nutzen. Und sie freuen sich darauf zu sehen, wie diese Affixe eines Builds beeinflussen und neue Spielweisen ermöglichen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch durch die verschiedenen Klassen, verschiedene Updates, was sie noch gemacht haben. Bugfix, etc. Ja, ist denke ich klar, wie in jenen Update. Gut, im Groben war es das eigentlich zum Update. Also was ich persönlich sehr interessant finde, oder nicht schlecht finde, dass es neue, legendäre Gegenstände gibt. Meiner Meinung nach finde ich es sehr gut, dass man halt für Truppenplunderung eine Belohnung kriegt. Beziehungsweise, dass man sich ein legendäres Emblem dann holen kann. Die Fahrrun, dass man sich auch da ein legendäres Emblem holen kann, finde ich gut. Wie gesagt, Kosmetik ist nichts für mich. Kostenloser Lut hier mit den begrenzten Ereignissen mit den Beinen ist immer gut. Und der Boss könnte von mir aus noch warten, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Aber auch Weg des Helden ist gut, dass man mehr Aufgaben hat für Leute, die sich aktuell schon langweilen. Und natürlich für viele, die eine andere Klasse ausprobieren wollen, ist natürlich der Klassenwechsel das A und O. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das Update ein bisschen mehr führen. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr von dem Update haltet. Findet ihr es auch so gut wie ich? Wie gesagt, viele sind nur am Meckern. Ich persönlich finde das Spiel klasse. Ich finde das Update gut. Jetzt schon, wenn ich sehe, was kommt in den einen Update, ist das schon mal nicht wenig. Und lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wer bei mir auf dem Server ist, TAPRI, kann mich gerne auch hinzufügen. Kapodasta, RAUTE2166 ist mein Servername. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Match oder in einer Gruppe mal zusammen. Ansonsten könnt ihr auch gerne in meinen Discord beitreten. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wie immer, sehen wir uns im nächsten Stream, im nächsten YouTube-Video oder bei mir auf dem Discord. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.